Das nachfolgende Video stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie oder eines Finanzproduktes dar. Es handelt sich um keine Anlagenempfehlung, sondern lediglich um eine Information. Abonniert den Kanal, läutet die Glocke hinterher, dann verpasst ihr hier auch nichts von Aktien und Krypto-News. Hallo und herzlich willkommen zu Krypto-News. Ja, totgesagte Leben länger, das kann man wohl hier bei dieser Kryptowährung Helium sagen. Ja, heute kam eine bahnbrechende News heraus und der Kurs hat hier ja Freudensprünge gemacht. Ein Plus von insgesamt ja 42% hingelegt. Wahnsinn, der Kurs ist allerdings momentan sehr heiß gelaufen. Wir haben RSI von 87, das heißt, da muss man natürlich immer aufpassen, wenn man jetzt da noch reingeht, ob da nicht gleich eine Korrektur dann folgt und man dann wieder einiges an Geld verliert. Also von daher hier immer aufpassen natürlich, wie bei allen Kryptos und auch bei anderen Aktien, ja bei Aktien genauso, nur mit Geld reingehen, was ihr nicht benötigt. Gerade bei so hoch spekulativen Projekten, wie es jetzt hier Helium ist, sieht momentan sehr gut aus. Die haben eine super News rausgegeben und zwar haben die angekündigt, dass sie ein bundesweites Mobilfunknetz, beziehungsweise einen bundesweiten Mobilfunktarif anbieten. Helium ist ja im Prinzip ein Blockchain-basiertes, drahtloses Netzwerk, was ja schon so diese E-Roller versorgt. Ich habe euch auch mal ein Video hochgeladen, schon Ewigkeiten her, über einen Helium Miner. Vielleicht aktualisiere ich das nochmal demnächst. Auf jeden Fall hat das hier zu einem Freudensprung der Kryptowährung hier geführt. Und diese Zusammenarbeit mit T-Mobile auch, die haben eine Kooperation quasi mit T-Mobile und das ist im Prinzip eine super Partnerschaft, muss man sagen. Ein wichtiger Meilenstein hier für Helium und dementsprechend hat natürlich auch der Kurs reagiert und das Volumen ist extremst angestiegen. Wenn wir uns jetzt hier anschauen, das Volumen, fast 1000% im Plus des Volumen, des Handelsvolumen. Marktkapitalisierung hat richtig zugenommen und wir haben hier im Prinzip eine Marktkapitalisierung von 571 Millionen Euro. Also so langsam schafft sich der Coin hier wieder nach oben, muss man sagen. Er ist ja lange Zeit jetzt irgendwie so mehr oder weniger seitwärts gelaufen, wenn wir uns das jetzt hier anschauen, hier in diesem Bereich. Und jetzt auf ein Jahreshoch gesprungen. Aber wie gesagt, momentan sehr gefährlich in sowas reinzugehen erstmal. Kann natürlich sein, dass er morgen nochmal weiter hoch geht, nochmal vielleicht, keine Ahnung, 100% macht. Das kann alles sein, man weiß es natürlich nicht. Ich meine, die News ist schon wirklich super top, muss man sagen. Aber man muss halt im Prinzip schauen, dass man natürlich so eine parabolische Bewegung hat, halt oft dann natürlich auch eine Korrektur zieht sie natürlich hinter sich. Für diejenigen, die Helium schon vorher im Depot haben, Gratulation, das ist ja wirklich ein super Sprung nach oben. Wobei, wenn man natürlich sieht, woher der Coin kommt, dann sieht man natürlich hier, das sind 45 Euro, von wo er kommt jetzt im Endeffekt. Da ist das natürlich nur so ein kleiner Fliegendreck, der jetzt hier hochgegangen ist. Aber immerhin, wie gesagt, der Coin ist zum Leben erwacht wieder. Und das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und diese News, die ich euch gerade vorgestellt habe, hat dazu beigetragen. Ja, das war es jetzt eigentlich zum Helium-Coin. Auf jeden Fall halte ich euch weiterhin auf dem Laufenden. Und wenn euch das interessiert, dann wäre es so schön, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und die Glocke in der läutet. Damit ihr nichts verpasst von Helium, von anderen Coins und auch von Aktien. Ansonsten lasst es euch gut gehen und wir hören uns wieder. Tschüss.